Ich habe jetzt in den letzten Tagen mit einigen Mietern gesprochen, die sehr unzufrieden waren mit Modernisierung, mit Nebenkostenabrechnung. Ja, wenn sie uns hier Namen geben, dann setzen wir uns gerne mit den Mietern zusammen. Was lustig ist, viele von denen haben Angst, ihre Namen zu nennen. Ja, das ist traurig. Das ist traurig. Und wie kaufe ich ihnen die Traurigkeit nicht ab? Erinnerst du dich eigentlich noch an deinen ersten Einsatz für die Heute Show? Klar, sowas vergisst man nicht. Viele Menschen, aufgeheizte Stimmung und lautes Gegröle. Also ein Public Viewing. Pegida. Also ein Public Screaming. Ja, genau. Deswegen sind wir natürlich auch nicht als Lügenpresse hingegangen, sondern als Russia Today Kids. Komm doch mit nach Dresden. Komm doch mit zu mir. Haben Sie kurz Zeit? Wir versuchen so ein kleines Stimmungsbild zur deutschen Einheit in Dresden einzufangen. Was ist denn? Tja, es ist sehr viel unternommen worden. Es ist sehr viel aufgestellt worden. Ach, das ist nicht so wie sonst hier heute? So hübsch ist es nicht, nein. Ach, hat die Merkel jetzt aber hier nochmal nachgelegt, weil es Fernsehen kommt? Naja, wahrscheinlich. Nein, ein persönlicher Traubring in der Vögelung. Ich treffe Toni, den Bundespolizei-Bär. Toni! Toni, also hier ist ausgelassene Stimmung. Wie sieht es bei dir aus, Fabian? Hallo, ich bin von Russia Today Kids. Warum sind Sie heute hier? Ich möchte verhindern, was wir gar nicht mehr können. Das Untergang Europas, Untergang Deutschlands, Untergang Europas. Das ist der Untergang, was hier abläuft. Also ich habe wenig verstanden, aber was ich verstanden habe, war Untergang. Untergang Europas will ich verhindern. Ich finde, es ist unglaublich, was man hier macht, dass man so viele reinlässt. Das geht einfach nicht. Das ist naturgesetzlich. Das ist gegen die Natur. Je mehr hier reinkommen, ich meine, auch in anderen Dingen. Also ist das so ein physikalisches Gesetz, wie wenn was runterfällt? Ja, oder dass etwas wächst oder dass etwas kaputt gemacht wird, weil andere da kommen und da ist eben ein Naturgesetz. Die Tourismuszahlen gehen gerade zurück. Wenn jetzt so ein Tourist hierher kommt, was würdest du ihm empfehlen, was muss man unbedingt sehen? Die Altstadt allgemein kann man sehr viel sagen, aber man muss halt sagen, nicht zum Montag. Also Montags Dresden-Meiden. Genau. Eben ist schade, dadurch, dass heute der Tag der deutschen Einheit ist, eben das Montag. Tag, genau zum Montag und natürlich super. Ich merke, wie der Scheiße gebaut, ne? Hätte man wissen können, dass wir Montags nicht nach Dresden fährt. Ist das eine Live-Übertragung? Bis jetzt noch nicht. Soll das eine Live-Übertragung sein? Dann könnt ihr mich gerne interviewen bei Live. Ansonsten traue ich keinem Medium mehr. Ja, es ist eine Live-Übertragung. Ja, okay. Wissen Sie, ich sage es nicht. Wenn Sie eine Ameise haben, Sie haben ein Haus, da ist eine Ameise, nicht? Und dann noch eine und noch eine. Ja gut, also ich bin ein Menschenfreund, ein Tierfreund, dann schaffe ich die raus, mach sie nicht tot. Dann auf einmal kommt immer zu Ameisen. Die laufen dann durch über die Küche. Und verstehen Sie, die Masse macht sich, man hat doch nichts gegen Ausländer. So, Angela Merkel hat nicht die gesamte Bundespolizei angefordert. Heute ist es eher ruhig. Es ist ja auch eigentlich nichts zu befürchten. Es ist ja nicht feindliches Gebiet oder sowas, sondern die Menschen freuen sich auf Merkel und deswegen braucht man eigentlich auch keine Polizei. Hier läuft der Untergang Europas. Immer noch? Immer noch. Wie lange geht der denn? Ja, ich weiß nicht. In 20, 30, 40 Jahren wird Europa muslimisch sein. Und dann? Und dann sind wir ein muslimisches Land. Ja, und was ist jetzt das Negative? Ja, dass das muslimisch wird. Viele Leute wissen gar nicht, dass Frau Merkel vor der Wende das Recht hatte, in die USA zu reisen. Der Verdacht, dass diese Frau eine CIA-Agentin ist, wurde noch nie geäußert. Aber man muss das mal bekannt machen, die Tatsache. Sie durfte in den Westen fahren. Ist das eine Tatsache oder ein Verdacht? Es steht in Büchern. Ich kann das natürlich nicht bestätigen, aber es steht in Büchern im Internet. Noch eine andere Frage. Sie feiern hier ja heute den Tag der Deutschen Einheit. Aber am 3. Oktober war der Anschluss von Österreich doch gar nicht. Deutsche Einheit von Ost und West. Nee, nee, das ist ja an der Feier, wo Merkel und Gauck teilnehmen. Nein, das hier ist auch Deutsch und... Das ist doch eine Deutsche Einheit. Genau so ist es. Deutsche Einheit. Deutsche Einheit. Genau so ist es. 89. Ja, ich dachte, der Anschluss von Österreich wird hier. Oh nein! Quatsch! Wie kommen Sie denn auf sowas? Ja, das ist doch eine Pegida-Demo hier, oder nicht? Ja, und? Ja, damit ist doch alles gesagt. Nein! Ich habe auch gehört, dass die USA hinter der Deutschen Einheit steckt. Ähm, es gibt Bücher über die CIA, ihre Einsätze da, die sie da gemacht hat. Will ich jetzt nicht so weiter zu sagen. Ihr wisst. Ey. Ja, hier wird man direkt angegangen, meine Mütze wurde geklaut, jetzt ist natürlich meine Frisur durcheinander. Von alten Männern angetanzt und angegrabscht zu werden. Dann lasse er dann auch nicht an meinen Kunden genug Zeit. Aber was soll man machen? Ja, bitte. Entschuldigung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man Frau Merkel ihre Politik mal unter dem Gesichtspunkt betrachten sollte, ob sie vielleicht doch nicht die Person ist, die sie vorgibt. Sondern eine CIA-Agentin. Sondern eine CIA-Agentin. Ja, eine Agentin. So. Ja, Freunde. Haha. Fabian, ich habe gehört, man hat dir deine Mütze geklaut. Wir kommen jetzt mal rum und organisieren die wieder zurück. Was? Die fordern jemand, wer hat einen Start? Ich habe da was organisiert. Zurück ins Studio. Pass auf, ich habe einen. Da hast du ja ordentlich auf die Mütze bekommen. Man sieht immer wieder, für unsere messerscharfe Satire sind wir zu Recht preisgekrönt. Wie war denn eigentlich dein erster Heute-Show-Dreh? Na, der war ziemlich sweet. Ich war auf der Süßwarenmesse. Okay, da darf ich jetzt auch einen. Du hast nicht auf die Fresse bekommen, sondern in die Fresse. Ja, und zwar Zucker pur. Was ist denn der Unterschied zwischen Zucker und Crack? Fragen sich manche Leute ganz einfach. Crack schreibt man mit C. Hallo, darf ich Sie was fragen? Natürlich. Wie viel vor so einer Messe muss man denn aufhören, Süßigkeiten zu essen? Am besten mal fängt schon drei Wochen davor an. Sonst sieht man dann so aus wie dieses fette Schwein. Schwarzer Zucker. Schwarzer Zucker. Ist das gesünder oder weniger gesund? Auf jeden Fall gesünder. Können Sie das nochmal sagen und dann so in die Kamera zwinkern? Okay, auf jeden Fall gesünder. So oder? Also so ganz, können Sie, machen Sie mit beiden Augen. Sagen Sie, schwarzer Zucker ist auf jeden Fall gesünder und dann einfach mit beiden Augen zwinkern. Ist auf jeden Fall cool. Schwarzer Zucker ist auf jeden Fall gesünder. Manchmal trügt der Schein und selbst Leute, die zu schwer wirken, sind eigentlich gar nicht übergewichtig. Es sind eigentlich sehr, sehr schlanke Personen gefangen im Körper von sehr, sehr dicken. Das nennt man auch Transfette. All you need is chocolate. Würden Sie das auch zum Beispiel einem Kind aus Syrien sagen? Ja, klar. Und wie soll das dann reagieren? Äh, Zucker. Man braucht auch Zucker. Ein etwas unkonventioneller Schokobrunnen, inspiriert an den ehemaligen Toiletten des antiken Roms. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senor. Ja, das ist also der erste Cookie, der jetzt in den Markt kommt mit Gurana. Und das ist natürlicher Koffein. Das heißt, wenn Sie zwei von diesem wunderschönen Cookie essen, dann haben Sie so viel, wie wenn Sie eine Dose Energy Drink trinken. Aber das nehme ich dann ganz normal oral ein und nicht irgendwie so zerbröseln und mit der Nase? Nee, das nehmen Sie so ein, wie Sie normalerweise Ihre Nahrung aufnehmen. Ich weiß nicht, wie Sie das sonst machen, aber wenn Sie es so machen, wie Sie es sonst machen, haben Sie genau den richtigen Weg. Makes it less easy to get tooth decay. You sound so professional. Are you a child or are you just a very small adult? I'm ten years old. Ten? That's so young. Thank you. That's not a compliment. It's just a fact. Sie sind unglaublich hässlich. Wie sehen Sie denn ohne dieses Kostüm aus? Noch hässlicher. Können Sie auch so was Praktisches wie zum Beispiel eine Insulinspritze modellieren? Insulinspritze? Etwas Spezielles, aber wir machen das. Aber zum Glück ist Diabetes nicht das einzige, was man hier mitnehmen kann. Und damit zurück ins Studio. Hazel, ich bin echt enttäuscht. Dir steht das ganze weite Feld der Peter Altmaier Witze offen und du machst keinen einzigen. Tja, während du dich mit belangloser Politik beschäftigst, setze ich mich mit den wahren Bösewichten unserer Zeit auseinander. Karius und Baktus. Und ich Depp beschäftige mich mit dem Thema Wohnen. Ich muss echt noch viel lernen. Eine ganz normale Wohnsiedlung. Oder wie Vonovia sagt, Geldquelle. Wie funktioniert dieses Prinzip? Unter anderem mit Umbauten. Dass Sie jetzt hier den Bau machen und auf dieses Haus noch eine Etage draufsetzen wollen. Die sagen, das dauert zwölf Monate bis das fertig ist. Und wir haben ja schon angedroht, dass es eine Vermieterhöhung gibt. Also muss ich bei meiner Wohnung hier mindestens mit 250 Euro mehr bezahlen. Man muss ja auch mal an die Aktionäre denken. Ja, was heißt die Aktionäre? Die interessieren mich überhaupt nicht. Aber was sagt Vonovia dazu? Ich habe jetzt in den letzten Tagen mit einigen Mietern gesprochen, die sehr unzufrieden waren. Mhm. Mit Modernisierung. Mhm. Mit Nebenkostenabrechnung. Ja. Wenn sie uns hier Namen geben, dann setzen wir uns gerne mit den Mietern zusammen. Was lustig ist, viele von denen haben Angst, ihre Namen zu nennen. Ja, das ist traurig. Das ist traurig. Und wie kaufe ich ihnen die Traurigkeit nicht ab? Nee, aber wirklich. Was haben Sie für Nebenkosten? Es wird ein Winterdienst abgerechnet, wenn entweder kein Schnee fällt oder es fällt Schnee. Aber es kommt auch kein Winterdienst. Wann ist denn der Winterdienst in der Regel unterwegs? Der ist nicht morgens um sechs unterwegs, sondern der ist morgens um vier unterwegs. Natürlich ist es dann häufig für die Mieter in dem Haus nicht sichtbar. Und dann hat es danach geschneit und deswegen hat der Mieter das dann nicht mitbekommen. Und dann am nächsten Tag kam das sehr gute Streuunternehmen, hat gestreut. Dann, was ist dann passiert? Es hat, glauben Sie es oder nicht, es hat geschneit. Und dann ist der Bonovia-Mieter wieder aufgewacht und hat gesagt, Mann, das gibt's doch nicht. Hier ist ja schon wieder nicht gestreut worden. Sie können mit Einzelfällen ankommen. Wir haben Interesse daran, dass unsere Nebenkosten überhöht sind. Daran haben wir überhaupt kein Interesse. Nein, haben wir nicht. Wir sind sehr verlässlich. Was die Dividenden angeht. In Berlin gibt es die Idee, große Wohnungskonzerne einfach zu enteignen. Wir testen die Stimmung auf dem Deutschen Immobilienkongress. Enteignung? Kann jetzt nicht sprechen. Kein Kommentar. Thema Enteignung? Danke. Thema Enteignung? Die Leute laufen wirklich von mir weg die ganze Zeit. Hallo, schönen guten Tag. Thema Enteignung? Ich glaube nicht, dass damit die Probleme in dieser Stadt gelöst werden. Aber es sind ja doch überraschend viele Berliner dafür. Wenn Sie die Berliner fragen würden, ob es täglich Freibier geben würde, würde es wahrscheinlich auch dafür stimmen. Viele Mieter klagen aber ja auch darüber, dass die Immobilienkonzerne die Preise unnötig hoch treiben. Mit falschen Nebenkostenabrechnungen zum Beispiel. Also offen gesagt, so gut wie keiner kann sich in diesem regulatorischen Raum, den wir haben, anders verhalten, als der gesetzliche Rahmen es vorgibt. Wir versuchen heute schon mal herauszufinden, wie die Immobilienbranche reagiert, wenn sie denn enteignet wird. Zum Beispiel, trinken Sie den Kaffee noch? Also ich wüsste jetzt offen gesagt nicht warum nicht, weil Enteignung im Sinne von wegnehmen funktioniert. Der ist mein Kaffee, ja. Jaja, also den würde ich jetzt enteignen. Ja, dann würde ich sagen, also der Preis für diesen Kaffee ist aus meiner Sicht gerade mal 15 Euro und jetzt lass uns mal unterhalten. So ist nämlich die Rechtslage. Hallo Frau Kramp-Karrenbauer. Ich freue mich auch. Sie sind ja gegen Enteignung, aber andererseits hat die CDU doch jahrelang die SPD-Skrupellos enteignet. Letter Versuch. Danke. Da kommen Sie in die Lüneburger Heide. Da kann man doch für 5 Euro oder 6 Euro einen Quadratmeter eine Wohnung bekommen. Dann wohnt man halt in der Lüneburger Heide. Dann wohnt man in der Lüneburger Heide. Aber wenn man natürlich so Berlin nimmt, Hamburg... Man kann sich auch gleich erschießen, ne? Dankeschön. Wohnen Sie in der Lüneburger Heide? Ja natürlich, sonst hätte ich das ja wohl nicht gesagt. Enteignung ist keinesfalls umsetzbar, weil das widersinnig ist und entgegen jeglicher gesellschaftlicher Grundordnung widerspricht und damit natürlich auch insofern von uns ordentlich bejaht bzw. Protagon entsprechend vorangebracht wird. Das war klar und deutlich. Also... Vielen Dank. Ja, das Thema Enteignung wird hier beim Immobilienkongress 2019 sehr positiv aufgenommen. Ich glaube, das ist klar geworden. Und damit zurück ins Studio. Fabian, das sah ja richtig gut aus. War das dein Konfirmandenanzug? Abiball, aber du kannst ja auch richtig seriös sein. Damals bei den Jamaika-Verhandlungen, da warst du ja mittendrin. Ja, ich hab damals zwischen CDU und Grünen alles klar gemacht. Und dann hat der Lindner alles versaut. Mann, Christian, Koalitionsverhandlungen musst du den Profis überlassen. Oder wenigstens Hazel. Ich möchte diesen Prozess gerne ein bisschen beschleunigen, habe mir daher ein paar junge Politiker der jeweiligen Parteien eingeladen, die coolen, freshen Typen, die, die richtig wissen, was so abgeht. Gut, ja, ich möchte noch anmerken, die FDP ist ja heute nicht da, aber ich werde dann einfach ein paar Mal Soli abschaffen und Obergrenze in den Raum schmeißen, damit es sich so anfühlt, als wären FDP und CSU auch da. Vielleicht ein kleines Spiel zum Kennenlernen, das Wollknäuel-Spiel. Ich würde jetzt Ihnen, Herr Lindner, dieses Wollknäuel geben, dann können Sie den Faden festhalten, Sie sagen Ihren Namen, werfen dann das Wollknäuel weiter zu einem beliebigen weiteren Politiker im Raum, und wenn dann jeder das Wollknäuel mal gehabt hat, dann... Tobias Lindner. Ja, ich bin der Sepp Müller. Eigentlich immer, wenn Sie das Wollknäuel haben, müssen Sie was sagen. Ich bin seit 2011 im Bundestag. Ich bin neu dabei, seit 2017. Ich bin gespannt, ob man Jamaika hinbekommt. Eine schöne Insel ist es. Ob es eine schöne Koalition wird, werden wir sehen. Ich freue mich auf Jamaika. Vielleicht kommen wir jetzt zu inhaltlichen Themen. Herr Lindner, warum ist das Klima cool? Na ja, das Klima ist im Moment zu heiß, um ehrlich zu sein. Und um mal mit Lob zu beginnen, es war wichtig, dass die Kanzlerin in Paris ein Klimaabkommen unterschrieben hat. Und da hat sie sich ja dazu verpflichtet, dass wir in Deutschland CO2-Emissionen reduzieren. Aber das... Wir haben ja die saubersten Dieselmotoren, VW. Also das will man ja nochmal... Naja. Das will man nochmal deutlich sagen. Wir in Deutschland produzieren die saubersten und besten Dieselmotoren, die weltweit mitproduziert werden. Das ist so ein bisschen wie, wenn man die Waffen herstellt, die am wenigsten wehtun. Oder? Also die saubersten Dieselmotoren. Das ist ja immer noch nicht sauber. Das ist nicht sauber, da gebe ich Ihnen recht. Gut. Weiteres Thema vielleicht Flüchtlingskrise. Das ist eigentlich ein Thema, das finde ich selber nicht geeignet, um Scherze drüber zu machen. Das ist mir persönlich zu ernst. Wieso stellt die CSU dennoch so alberne Forderungen die ganze Zeit, Herr Müller? Gut, das sind keine albernen Forderungen, die die CSU stellt. Das ist Realpolitik. Und das Ziel 200.000 zu erreichen... 200.000 Menschen. Ab wann ist man ein Mensch? Ist man mit zwölf schon ein fertiger Mensch? Oder braucht man zwei Zwölfjährige? Was ist, wenn man drei Kinder übereinander stapelt und die in einen großen Trenchcoat packt? Ist es dann eine Person? Also für uns als CDU und CSU, da kann ich sicherlich auch für unsere Schwesterpartei sprechen, als christliche Menschenbild ist jeder gleichwertig. Was ist schlimmer für Deutschland? Schwarze Afghanen oder reguläre Afghanen? Den Konsum von Schwarzen Afghanen muss man natürlich regulieren. Nicht für Minderjährige und nur in staatlich reglementierten Verkaufsstellen. Ich habe übrigens ihre Gesichter mal übereinandergelegt in einem Morph-Programm. Und dann kommt das hier raus. Das ist der sogenannte visuelle Humor. Der funktioniert manchmal. Manchmal. Gut, also ein Kompromiss. Die Grünen lassen sich auch von Horst Seehofer herumkommandieren. Und dafür übernimmt die CDU seine Pflege? Ja, wir würden auch Horst Seehofer in meinem Wahlkreis pflegen. Er war jetzt übrigens auch zu Gast in Wittenberg zum Reformationsfest. Aber Sie haben ja gar keine Ärzte dort auf dem Land. Wir brauchen ja keine Ärzte, um Horst Seehofer zu pflegen, sondern wir brauchen Pfleger. Pflege gerne, aber kommandieren nicht. Okay, aber Pflege übernimmt ja die CDU. Also Sie können ja nicht einfach sagen ... Also ich möchte mich jetzt nicht mit den Grünen streiten, wer Horst Seehofer pflegt. Ja, aber ohne Quatsch. Wir würden Horst Seehofer gerne pflegen, auch in meiner Heimat. Ich würde sagen, es ist Zeit, den Koalitionsvertrag zu unterschreiben. Ich habe hier etwas vorbereitet. Herr Lindner, möchten Sie anfangen? Mit was muss ich unterschreiben? Mit Horst Seehofer? Mit meinem? Mit Ihrem Namen. Sie schreiben einfach Ihren Namen. Aber ich kann natürlich für die CDU nicht unterschreiben. Das kann ich mir jetzt nicht anmaßen. Wir haben da eine Parteivorsitzende und die entsprechenden Gremien, aber ich kann es natürlich nicht. Aber bei uns Großen ist es wichtig, da gibt es Gremien und da anhalten wir uns. Also Sie wollen das nicht unterschreiben? Ich unterschreibe sehr gerne den Koalitionsvertrag, sofern die Inhalte stimmen. Gut, dann gibt es halt Neuwahlen. Kann man noch einen Joint draus drehen, wenn Sie wollen. Das braucht jetzt eher Ehe. Gibt es eigentlich eine Obergrenze für Seehoferpflege? Boah nee, also da kann es nicht genug geben. Aber wenn du Seehofer pflegst, dann stelle ich mich persönlich auf den Balkon und applaudiere dir. Ach ja, man kann ja mit Pflege richtig Cash machen. Also jetzt nicht als Pfleger, als Investor. Herr Brüderle, guten Morgen. Morgen, aber wir machen jetzt nichts. So schnell kann es gehen. Da redet man über die Pflege und wird schon direkt überfahren. So ist das. Darf ich mit reinkommen? Ich weiß nicht, wenn Sie angemeldet sind, ja. Ihr Pressesprecher hat es uns verboten. Dann bleiben Sie draußen. Ja, jetzt darf ich ja eh nicht in die Veranstaltung, muss auf das Pressestatement warten. Von daher mache ich mir in der Zeit einfach mal selbst ein Bild und gehe ins Altersland. Sie sind Herr Köster? Ja. Schön, dass Sie endlich da sind. Hier sind immer Ihre Sachen und der Ablaufplan für heute und dann müssen wir auch schon los. Das ist aber ganz schön viel. Ja, das muss so. Und jetzt, wir sind schon spät. Sehr gut. Machen Sie mir mal eine schöne Frisur. Ich tue mein Bestes. So, den Scheitel so mehr rechts. So mehr? So, ja. So ist schon besser. So, ja. Würden Sie einem jungen Menschen raten, Pfleger zu werden? Das ist ja ein harter Arbeitsalltag. Oh ja. Wann stehen Sie so auf? Na ja, so in der Regel 4.30 Uhr. Ach ja. Der Familienalltag muss ja auch noch geplant werden. Ja. Ha. Schon wieder gewonnen. Oh. Soll ich bin. Ja. Danke. Aber ich muss wirklich sagen, das ist schon anstrengend. Ich glaube, ich kann besser Unterhaltung. Wenn Sie meinen. Hallo Berlin, seid ihr gut drauf? Ja, ich fang direkt mal mit einem Klassiker an. Kennen Sie bestimmt alle. Kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum das lange ist. Das lange Gesicht. Ja, Thema Pflege, ne? Da habe ich direkt noch einen für euch. Wie nennt man einen reichen Pfleger? Erbe. Der ist ja hintergründig. Der ist hintergründig. Sie haben es erfasst. Okay. Einen habe ich noch. Woran erkennt man Rainer Brüderle im Fernsehen? An den Untertiteln. Das war's von mir. Vielen Dank Berlin. Danke. Tja, ich weiß halt, wie man einen Laden zum Kochen bringt. Und jetzt geht's noch mal zum Brüderle. Die Beschäftigten wissen Bescheid. Wenn jedes Jahr mehr Beschäftigte zu den privaten Unternehmen gehen, ist es deren Entscheidung aus guten Überlegungen raus. Was würden Sie sagen, ist cleverer, in die Pflegeversicherung einzahlen oder einfach direkt in ein Heim investieren und dann davon leben, von der Rendite? Ich würde sagen, richten Sie mal Herrn Welke herzliche Grüße aus. Nachdem er eine sehr lange Sommerpause genommen hat, wünsche ich Ihnen Glück auf für seine weitere Sendung. Ja, jetzt sind wir ja wieder da. Und Sie sind ja auf dem Gebiet ein echter Experte. Eine Koryphäe. Sie kennen sich wirklich sehr gut aus. Deswegen meine Frage, welchen Wein soll ich kaufen? Bleiben Sie dabei, machen Sie gute Sendung, produzieren Sie. Ich habe Sie vermisst auf dem Bildschirm und strengen Sie sich an, dann gucke ich auch wieder zu. Ich habe das Gefühl, Sie hören mir nicht richtig zu. Ich höre Ihnen sehr gut zu. Aber das passt ja auch zum Thema Pflege. Aber es ist halt so, wenn Sie die Antworten kriegen, wie Sie wollen, dann passt es Ihnen auch nicht. Da darf ich Rainer Brüderle doch noch Fragen stellen. Und er redet beim Thema Pflege nur über Welke. Aber Olli, lass dir nichts sagen, so alt bist du noch nicht. Und wenn was ist, ich bin für dich da. Und damit zurück ins Studio. Kriegst du keinen Ärger, wenn du solche Witze über Olli machst? Das ist ja das Gute. Er hat es nach zwei Minuten wieder vergessen. Die Pflege-Witze gehen einem aber auch nicht aus. So ein Praktikum in der Pflege ist schon ziemlich krass. Aber ich glaube, ich kann das noch toppen. Noch härter und trauriger als der Pflegealltag? Das kann ja nur eins bedeuten. Ein Praktikum bei der SPD. Ja, hallo? Hallo Hazel, hier ist Lars Klingbeil von der SPD. Es ist jetzt 7.30 Uhr und wir waren eigentlich um 7 Uhr verabredet. Schuss. Ah, Herr Klingbeil. Hallo, die neue Praktikantin ist hier. Hallo. Hallo, Lars Klingbeil. Ja, nichts wird so schlimm sein wie die eigentliche Situation, in der sie sich gerade... So, ich muss jetzt sogar ins Parlament. Wir haben jetzt die Generaldebatte, die Kanzlerin spricht und du fängst einfach schon mal an und beantwortest ein paar Mails. Also wir kriegen immer so Bürgeranfragen per E-Mail oder per Post. Das hier ist jetzt was zum Klimaschutzpaket. Wenn es um eine CO2-Steuer geht, sollte auch das Pferd nicht vergessen werden. Die Millionen Freizeitpferde stehen auf den Weiden und verrichten ihre Notdurft und bringen ungezähltes Nitrat in den Boden. Ich hätte jetzt das hier zurückgeschickt. Sie sprechen vom Freizeitpferd. Lustig, denn so nenne ich meine Ehefrau auch manchmal. Nein, das geht nicht. Und so nicht? Ich kann ja nicht so über meine Frau reden, denn das ist hier wieder weg. Wenn der Anspruch ist, selbst Abgeordnete zu werden, dann müssen wir das ernst nehmen, weil sonst schreiben die uns ja nicht wieder. Das ist doch gut, dann hast du viel mehr Freizeit. Da kann ich meine Unterschrift nicht drunter setzen. Ich versuche so alle zwei Wochen irgendwie mal ein Format zu machen. Facebook Live, Instagram Live oder eben Instagram Q&A, wo alle mir Fragen stellen können. Jetzt versuch mal so auszusehen, als fändest du es mega cool. Okay. Dom? Wie bist du zur Politik gekommen? Willst du lustig antworten oder, also weißt du mit dem Bus oder? Ich sehe einfach bei deinen Sachen ein bisschen ein Problem, du hast eine sehr niedrige Gagdichte. Ja. Ach, Herr Scheuer, hallo. Hi. Grüßt du den auch immer so nett oder nur weil ich jetzt dabei bin? Nö, den grüße ich schon immer. Neulich mal irgendwie im Fahrstuhl, dann geht die Tür auf, dann steht da die Weidel drin und so, da will man dann gar nicht in den Fahrstuhl rein. Aber auch nicht für ein Stockwerk und dann so leise reinkupsen und dann wieder rausgehen? Ja. Damit die Weidel mit dem Klingbeilkups im Lift rumfahren? Sowas würde ich nie tun. Du musst ja schon ganz schön viel arbeiten, oder? Ja, das gehört dazu. Ist doch krass, wie viel du erreichen würdest, wenn du einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen würdest. Wir tagt jeden Dienstag die SPD-Bundestagsfraktion, 15 Uhr geht's los, meistens so bis 19 Uhr. Wie stelle ich mir das vor? So wie ein Poetry Slam aber alle verlieren? Genau. Ist ja ein mega spannender Moment irgendwie auch für alle SPD-Fans, die zuschauen. Wenn man hier einmal die Fraktion sieht. Hallo, ihr zwei. Wir nehmen jetzt ein Video auf für die SPD in Oldenburg, die feiert 150 Jahre und ich schicke eine Grußbotschaft. Wer bei uns Mitglied ist, kann auch in Zukunft für Fortschritt und Zusammenhalt in unserem Land sorgen. Da muss ich dann so richtig draufsetzen, dass sie Zeit haben zu lachen. Aber versuche ich ernst zu sagen, oder? Das kommt besser. Ja, mach einfach, tu so als wäre es nicht ein Witz. Und dann sagen, wie cool die Zukunft wird. Kannst auch was erfinden. Musst du eigentlich. Gut. Okay, und Action. Liebe Genossinnen und Genossen, herzliche Grüße nach Oldenburg. Ich treffe mich jetzt mit Kevin Kühnert. Du bist sowas wie der Philipp Amthor der SPD. Ja, nur ein cooler. Können wir so stehen? Das ist jetzt so wie die Entwicklung des Menschen. Aber ich weiß nicht, in welcher Richtung. Wir finden das noch heraus im Moment. Wir essen jetzt eine Pizza, mein Abendessen. Ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch. Und wir quatschen jetzt ein bisschen über Politik. Ich habe vier Jahreszeiten tatsächlich. Ich glaube, ich habe die auch genommen. Was sind die vier Jahreszeiten bei der Juso? Dreimal Herbst und einmal Winter? Nein, nein, nein. Es ist immer Frühjahr. Wir stehen ja am Anfang der Blüte sozusagen. Das kennt Lars auch noch. Der war ja auch mal bei den Jusos unterwegs. Die Knospen ist einfach sehr lange zu. Ja, aber dann wird die Blüte umso schöner. Ja. Im Gegensatz zum Elend in der SPD hat dieser Arbeitstag wenigstens ein Ende. Vielen Dank und damit zurück ins Studio. Oh, die SPD kann einem echt leid tun, oder? Ständig dieser bedürftige Hilferuf nach Unterstützung. Ja, schlimm. Aber weißt du, wie man uns, also die Heute-Show, auch unterstützen kann? Mit einem Abo auf unserem YouTube-Kanal und einem Like unter diesem Video. Und das ist noch nicht alles. Nein, ich muss bekloppt sein. Obendrauf gibt es noch die neue Bestoff-Folge in der ZDF-Mediathek. Super-Hammer-Geil-O-Mat! Oh Gott, das würde mich wahnsinnig machen, immer so nach Hilfe zu pflegen. Ja, schlimm. Die SPD tut mir echt leid. Prrrtt!